Hey Freunde! Hallo zusammen! Wir sind hier im Nessenschenlager in Liestal. Es ist Samstag, Lager verkauft war. Es lief richtig geil. Die Leute kamen und kauften und sind zufrieden. Wir ließen dich von Marco beraten. Hat gute Arbeit geleistet, der Mann. Jetzt geht es ins Training und kurz vor dem Training schaut euch dieses Paket an, das X-Mas Paket. Stab 79, 90, 59, 90, vor Weihnachten das ideale Geschenk oder gleich selber. Das sind die beliebtesten Riegel von Questbar, natürlich Powerbeef, ein Shaker und das beste Shake meiner Meinung nach. Also, haut rein Freunde!